Von Profis für Profis. Das ist die Devise beim Zebra-Pinselprogramm von WIRT. Mit einer optimalen Farbaufnahme und Farbabgabe sorgen die Zebra-Pinsel für deckende und gleichmäßige Anstriche. 90% der Borsten reichen bis zur Pinselspitze. Das ist ideal für exaktes Beschneiden. Hochwertige Zwingen aus Edelstahl, Aluminium oder Polyamid geben den Pinseln Stabilität und Feuchtigkeitsbeständigkeit. Bei Flachpinseln und Fassadenstreichern sind die Zwingen zusätzlich vollverklebt. Das verhindert das Herauslaufen von verunreinigten Farbresten. WIRT bietet im Zebra-Programm Pinsel für lösemittelhaltige und wasserbasierte Lack- und Farbsysteme an. Eine Mischung aus Natur- und Polyesterborsten sorgt bei lösemittelhaltigen Lacken für optimale Streichergebnisse. Die innovative Borstenmischung ermöglicht zudem eine leichte Reinigung des Pinsels. Die Kunstfasern für wasserbasierte Lacke zeichnen sich durch hohe Abrieb und Biegefestigkeit aus. Hohe Farbaufnahme sorgt für einen schnellen Arbeitsfortschritt. Durch den unlackierten Holzgriff lassen sich die Pinsel gut greifen und liegen optimal in der Hand. Die Pinsel aus dem Zebra-Programm. Profi-Werkzeug für Profi-Ergebnisse. WIRT bietet im Zebra-Programm. 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 Vielen Dank.